Musik 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 Hallo, ich bin Narcesan. Heute filmen wir diesen Schuenschauern. Heute werden wir unseren Schuenschauern im Filmzeichen über Tiere. Musik 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 Ich esse dich auch. Ich schlafe wie ein Löwebrühe. Ich schlafe wie ein Löwebrühe. Es gibt Schlange, Elefante, Papagei. Ich möchte das am Main-Tee bringen. Hallo! Ich schlafe wie ein Löwebrühe. Ich schlafe wie ein Löwebrühe. Ich schlafe wie ein Löwebrühe. Auch wollte ich Popkei sein. Aber als Affe wach ich viel besser. Aber ich schlafe wie ein Löwebrühe. Ich schlafe wie ein Löwebrühe. Ich schlafe wie ein Löwebrühe. Bleibt ganz ruhig. Genau, der Papagei versucht sie zu beruhigen. Das hast du gut gelesen fand ich. Wer hat einen Sonnenstich? Die weiß ja gar nicht, dass sie über sie reden. Puh, wer ist erkältet? Genau. Äh, du! Ich? Genau, sehr fragend, sehr schön. Und warum hab ich es gar nicht gemerkt? Genau, da kannst du auch so richtig, warum hab ich das nicht gemerkt? Aber warum, sie fragt ja immer. Sie weiß ja gar nicht, dass sie die meinen, dass die boa krank ist. Das kann sie ja gar nicht verstehen. Sie sagt, warum hab ich das denn nicht gemerkt? Haha, das ist schwer. Na, Quatsch. Das hast du eben hier bei diesen anderen Fragen auch super gemacht. Das kannst du doch bestimmt auch. Morgen werde ich was üben und Bücher lesen. Heute habe ich noch ein Buch gelesen und werde dem Elefant so sagen, was wir heute machen. Und schöne Sachen haben wir heute, so schöne Sachen gemacht. Wohin geht der kleine Elefant? Hör mal, Papaka, warum willst du eigentlich nicht fliegen? Warum will ich nicht was? Nicht fliegen! Zack, zack, schon dort! Psst! Kranke brauchen viel Ruhe. Ich bin etwas traurig, meine Freunde. Traurig. Bleib ganz traurig. Der kleine Elefant muss zum Beispiel zu den Kampus dort gehören. Nein, Entschuldigung, da möchte ich nicht hin. Er ist viel zu stachelig. Egal, dann stell dir dich vor, er wäre nicht stachelig. Und was, wenn es klappt? Haha, das ist gar nicht schwer. Ich sitze hier und warte auf den wichtigsten Gruß. Und er hat ihn verloren. Wo hast du ihn verloren? Ich weiß echt nicht, Entschuldigung. Wie jetzt? Fliegen und fliegen und dann landen. Seid ihr verrückt geworden? Na, du hast ja diese Entschuldigung, diese... Gleich wird er schrecklich. Er geht weiter. Aha, er geht... Er geht nicht einfach so. Er spa... Ach, er spaziert. Er spaziert. Er spaziert? Okay, alles klar. Was ist klar? Deine Muskeln taugen nicht. Wieso denn das? Sie sind zu schwach. Und hier braucht es starke Muskeln. Ah, aber ich habe keine anderen. Nur diese. Ich frage, was suchen wir? Grüße. Wir suchen Grüße. Ah, womit hat alles angefangen? Auf Wiedersehen, Äffchen. Mach's gut, Boah. Elefant. Ciao. Ende. Und jetzt stammt noch der Elefant. Und jetzt stammt noch der Elefant. Bedingungen. Ich trabe mich. Beregke mich. Mit der Augen der Darab. Ich frage mich. Bedingungen? Das ist eine Art thriveände. Was ist zum Aufmer zeggen? Mit dem den Einladen machen?